Xiaomi schnallt in Zukunft einfach ein Leica-Objektiv an euer Smartphone und sie haben richtig viele Redmi Note 12 Pros wieder in China veröffentlicht, während bei Apple wieder absolut sinnfreie Dinge passieren. Damit herzlich willkommen bei Technik gesehen. An meiner Seite heute wieder der großartige Tim. Oh, großartig sogar heute. Dankeschön für die Blume. Ich fühle mich ja richtig geehrt, hier zu sein. Ja, schon wieder. Wir sitzen wieder hier in unserem Chefbüro. Irgendwann haben wir unser YouTube-Studio auch fertig renoviert. Also, falls ihr auf unserem Hauptkanal mal vorbeischaut, da sollte so langsam so der erste Teaser online sein oder online gehen, der dann schon vielleicht mal so eine kleine Sneak-Peak, wie es dann da aussehen wird in der einen oder anderen Setting-Ecke. Wird es ja schon geben, ne? Ja. Ja, wir kämpfen noch mit Traversen und die entdecken müssen mit Tischen, die aufgebaut werden müssen, mit Leuten, die im Urlaub sind. Und ja, aber es wird. Lange Versandzeiten. Ja, lange Versandzeiten auch sehr gut. Ja. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach direkt mal ins erste Thema rein. Und da hat Xiaomi uns gestern ein wenig überrascht. Man hat nämlich einfach einen Teaser veröffentlicht, wo man erst so das Xiaomi 12s Ultra sieht und sich denkt, das hatten wir doch schon. Und dann fängt auf einmal der Ingenieur da an, nimmt das Handy und schraubt ein Objektiv an das Handy dran. Verrückt. Ja, krass, dass Xiaomi da jetzt noch irgendwie sowas veröffentlicht, so weit nach dem 12s Ultra. Man könnte ja quasi meinen, dass 13s Ultra Extreme 3000 sollte quasi schon fertig produziert sein. Ja, vermutlich. Ne, man hat den 1 Zoll Sensor genommen, der da ja drin steckt, und hat den mittig platziert. Hat da ein bisschen was umgebaut in dem Kameramodul. Ja, ich glaube, sie haben ihn sogar nicht umgebaut, sondern sie haben einfach noch einen davon reingesetzt. Der normale 1 Zoll Sensor ist immer noch an der gleichen Stelle. Aber in der Mitte ist ja der Ultraweitwinkelsensor. Den hat man durch einen 1 Zoll Sensor ersetzt. Ah, okay. Alles klar. Ja, entspannendes Konzept auf jeden Fall. Macht, finde ich, irgendwie so dieses runde Design von der Kamera auf einmal super sinnvoll. Ja, es wirkt fast so, als wäre das die Idee gewesen. Ja, genau. Aber das ist ja ganz oft so, wenn du mal in die Autoindustrie guckst beispielsweise, ist es ja genauso. Da baust du ja erst mal irgendwas, was völlig abgefahren ist und leitest daraus dann irgendein Serienfahrzeug ab. Könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass die das vielleicht sogar so entwickelt haben und dann geguckt haben, okay, was davon ist jetzt wirklich realistisch? Ja, also man sagt hier ganz klar auch, das ist ein Konzeptsmartphone. Ich würde mal sagen, ich würde mal sagen, es geht in die ähnliche Richtung wie das Mi Mix Alpha. Ich könnte mir vorstellen, dass das einmal so auf Presse-Tour geht, wenn man das, vielleicht wir auch in Deutschland uns das mal ansehen können. Ja. Wenn ihr das habt, Xiaomi Deutschland, ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Und dann vermutlich nicht in Serienproduktion geht, weil es ist einfach ein sehr spezielles Konzept. Also wir haben quasi das Handy, da haben sie um diesen Kamerarahmen, den man vom Surface Ultra kennt, so einen M-Mount von Leica dran gebaut. Das ist, wenn man sich vielleicht nicht mit Kameras so auskennt, quasi das ganz normale Objektiv-Mount-System von Leica, wo man dann auch einfach sein 10.000 Euro Objektiv jetzt an ein Smartphone dran machen könnte. Ja, ich weiß gar nicht. Es wird wahrscheinlich auch irgendwie mit irgendwelchen Adapterringen dann möglich sein, diese Leica-Objektive auch auf anderen Kameras zu verwenden, nehme ich jetzt einfach mal an. Aber es ist wohl grundsätzlich so dieses von, ich glaube, diese M-Reihe ist auch so eine Systemkamera von Leica, so wie ich das verstanden habe. Und ja, finde ich an sich super spannend, weil im Gegensatz zu den Herstellern, also das ist ja nicht neu an sich. Also es gab ja schon, das letzte Mal, dass ich sowas irgendwie präsent hatte, mir ist direkt irgendwie so ein Doogies-Mount vorne in den Kopf geschossen, aber dann hat es ja einen Artikel drüber geschrieben, klar, gab es auch schon eine Samsung Galaxy-Kamera und Motorola hatte ja sowas auch mal. Ja, letztes Jahr hat Thorben ein Artikel über so eine Yongnu-Kamera geschrieben, die auch mit Android lief, aber es waren Kameras und jetzt nicht wirklich so Smartphones. Ja, okay. Ich finde es cool, dass man tatsächlich dann halt in der Kooperation mit Leica nicht extra irgendwie sagt, ey, wir bringen jetzt hier fünf Objektive auf dem Markt und die musst du dir extra kaufen, sondern man sagt halt, ey, wir bringen das Smartphone und bestehende Objektive, die ist schon seit, keine Ahnung, Leica baut diese, ich weiß nicht, seit wann die diesen M-Mount benutzen, aber wahrscheinlich schon so 50 Jahre. Könnte gut möglich sein. Und das heißt, du kannst ja eine richtige Menge an Objektiven da drauf schrauben, die wiederum sehr teuer sind. Ja, also ich glaube auch, dass niemand, also wenn das jetzt ein Serienprodukt wäre, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand hingehen würde, sich das Handy kauft und dann die Objektive. Ich glaube, das läuft eher so rum, ich bin Fotograf, ich finde das cool, dass mein Handy auch die Möglichkeit hätte, das zu machen und ich benutze dann meine bestehenden Objektive, weil so für ein Handy 1.000 Euro Objektiv dann nochmal dazu zu kaufen, weil günstig ist es dann natürlich auch nicht, das Handy, das kostet ja dann bestimmt irgendwie 2.000 Euro, schon viel Geld, die man dann quasi auch in eine normale Systemkamera hätte stecken können, die vermutlich ein besseres Bild erzeugt, weil der 1 Zoll Sensor ist groß für ein Smartphone, aber für so eine Kamera ist das jetzt eigentlich nicht gewaltig. Ja, und dann ist halt auch die Sache, wenn du ja sowieso schon eine Tasche mit drei Objektiven dabei hast, dann kannst du halt auch noch dein Body mit einpacken. Dann ist es halt auch wieder so, aha, aber keine Ahnung, vielleicht hat man sich da überlegt, so vielleicht auch so einfach in die andere Richtung Xiaomi baut oder in Kooperation mit Leica, ich weiß ja nicht, wie die Kooperationen aufgebaut sind, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da vielleicht auch ein Buddy mal geben wird, der dann halt irgendwie mit Xiaomi irgendwie in Kooperation entstanden ist, wegen halt einfach, sie haben halt eben, also ich weiß jetzt, ich kenne mich auch mit Leica-Systemkameras nicht aus, ich weiß nicht, was für ein System da drauf läuft, wie aktuell das alles ist und so weiter und so fort, aber ich denke, andersrum könnte da halt auch Synergien passieren und vielleicht hat man sich gedacht, okay, um das halt vielleicht mal auszuloten, wie man da vielleicht vielleicht auch in die andere Richtung zusammenarbeiten könnte, so dass halt eben Xiaomi ja quasi der Co-Partner ist, weil ich meine, bei den Handys ist ja jetzt eher so Leica der Co-Partner für die Kamera, dass man mal gesagt hat, komm, wir bauen hier einfach mal so einen komischen Twitter und gucken mal, was da abgeht oder was geht. Vielleicht läuft es auch einfach noch so darauf hin, dass vielleicht Xiaomi mit Leica mal eine Kamera zusammenbaut. Xiaomi hat ja quasi mit vielen Herstellern auch schon mal so eine Kooperation gehabt, wo man jetzt nicht sagen würde, die gehören zu diesem Ökosystem. VH fällt mir da zum Beispiel ein. Früher vielleicht auch? Von der J-Systemkamera? Ja, genau, die gab es dann damals noch, aber die waren ja eher so auch Xiaomi-gehörend irgendwie Investitionen. Man weiß ja nie, wie das da so abläuft. Aber Leica wäre ja jetzt eher so so ein VH in dem Fall, also dass die quasi mit Xiaomi ein Produkt bauen und so eine richtige Kamera mit Android-Betriebssystemen mal so wirklich durchdacht wieder. Könnte ich mir schon vorstellen, dass das ein interessantes Experiment wäre. Ja, und tatsächlich, man weiß ja auch zum Beispiel gar nicht, in was für eine Richtung Huawei mit Leica noch gehen wollte. Ja, das stimmt. Also da wurden ja mit Sicherheit, ich weiß gar nicht, die Kooperation ist ja quasi mit den Google-Diensten hat die sich ja verabschiedet. Vielleicht auch einfach, weil Huawei in der Position nicht mehr das langfristig angepeilte Ziel auch für Leica damit entwickeln konnte. Man weiß nicht, aber es ist spannend. Ich finde, man merkt, man hat sich am Ende, äh, am Anfang halt auch gefragt, wie ernst nimmt man jetzt diese Leica-Kooperation? Ist das jetzt einfach ein Sticker, der da drauf ist? Und ich finde, das ist so das Konsequenteste seit langem, wie man so eine Kooperation durchzieht, weil... Findest du? Ich weiß nicht. Findest du, dass bei OnePlus und Oppo jetzt irgendwie Hasselblatt mehr so da drin ist? Nee, nee. Aber ich habe jetzt gerade nur Vivo und Zeiss im Kopf. Ja, die machen es auch sehr, sehr nah. Ja, also da hatte ich auch den Eindruck, dass da sehr viel Hand in Hand gearbeitet wird. Ja, das stimmt schon, ja. Ja, vielleicht machen die ja auch noch einen Smartphone mit der Objektiv machen. Aber das fand ich ja auch witzig, da haben wir ja dann gelernt, dass, ähm, Zeiss auch Hasselblatt irgendwie, dass das ja auch irgendwie miteinander arbeitet, weil ja irgendwie bei dieser Mondkamera, die von Hasselblatt dann war, da halt irgendwie aber auch Zeiss Linsen drin waren und das ist ja irgendwie auch so... Ja, ich glaube, Zeiss hat bei allem was irgendwie mit Fotos zu tun hat und auch bei Spiegeln sind die ja wohl richtig krass. Merkt man vielleicht gar nicht mal so, weil es halt immer irgendwo in einem Produkt drin ist und nicht unbedingt draufsteht. Ja, aber wobei es bei Zeiss schon echt auch draufsteht. Ich glaube, da sind die schon, sind die schon auch drauf bedacht, dass es dann draufsteht. Ja. Ja. Spannendes Konzept. Mega. Ich halt super gerne mal in der Hand. Xiaomi. Akin. Christian. Macht mal. Ja, aber von einem spannenden Konzept zu einem eher ausgedutschten Konzept, die Redmi Note 3. Uh, uh, uh. Okay, ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Also, die Redmi Note 12-Reihe ist in China erschienen und wir hatten ja letzte Woche schon ein bisschen über die Leaks geredet, weil wir ein bisschen spät, beziehungsweise wir waren zu früh drin. Ja. Und, äh, dann haben Tim und ich den Donnerstag verbracht, um ganze vier Redmi Note 12-Artikel zu schreiben. Ja. Äh, ja, wie, wie war deine Erfahrung damit? Ja, es war abzusehen, dass es vier sind. Also, es waren ja, glaube ich, beim Elber waren es ja auch schon vier, sogar in Deutschland vier. Und, ähm, was ich halt schön finde, wie gesagt, bei den, ähm, Redmi Note-Geräten in China und es wäre schön, wenn das vielleicht auch mal so in Deutschland wäre, ist halt so diese Einheit irgendwo. Also, da macht das halt ja irgendwie, äh, keine Ahnung, vier Versionen machen auf gar keinen Fall Sinn. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Vier Versionen von einem Telefon, absoluter Overkill. Ähm, also, aber grundsätzlich ist es so, dass in allen der gleiche Prozessor drin ist und alle das gleiche. Stimmt ja auch nicht. In der Pro-Reihe sind alle der gleiche Prozessor drin. In der, im Redmi Note 12 ist ja der Snapdragon-Kristall. Ah, ja, stimmt. Also, selbst da sind sie ja nicht. Ich möchte das, ich möchte das an dieser Stelle revidieren. Wir haben ja vor allen Dingen in letzter Woche haben wir noch im Podcast gesagt, dass es ja gar kein Xiaomi Note 12 wahrscheinlich geben wird. Ja, genau. Das war ja so ein bisschen der Surprise. Ähm, das ist ja dieses Xiaomi Note 12 5G. Gut, ich glaube, wenn die jetzt noch eins ohne 5G machen, ne? Ja. Nein, nein, nicht machen. Ja, ich weiß, vielleicht macht Snapdragon oder Qualcomm gar nicht, naja, es sind mehr 4G-Prozessoren dafür. Immerhin hat es auch ein 120 Hertz Display. Das fand ich krass. Aber, ja, das finde ich auch. Das ist auf jeden Fall so, glaube ich, dieses, dieses Kaufen, also, wo man sagen kann, also, wenn du ein cooles Display haben willst, dann das. Aber da war doch irgendwie auch so, dass man es in den technischen Daten, das dann halt irgendwie mehr Nitz hatte als das von den Pro-Modellen. Da sagst du da auch so, warum? Aber war es auch ein AMOLED-Display? Da bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher. Oder war es ein reguläres LCD? Ich bin mir relativ sicher, ich habe den Artikel geschrieben, dass es ein AMOLED-Display war. Okay, ja. Da gibt es ja dann auch noch die verschiedenen Qualitätsstufen, würde ich das jetzt mal nennen. Ich nehme mal an, dass es dann einfach billiger, von den Farben her nicht so geil ist oder für heller wird. Aber dass man in dem Redmi Note 12, was ja eher so 100, 160, 200 Euro quasi in China liegt, dass man da einerseits einen Snapdragon-Prozessor bekommt als einziges dieser Reihe, den 4 Gen 1. Und dann halt auch noch einen, den es ja irgendwie bisher in kaum Smartphones gibt, nur in irgendwelchen Indian-Releases bisher, so wie ich das gesehen habe. Dann das 120 Hertz-Display, 33 Watt-Laden, was, ich meine, Pixel oder iPhone völlig in Ordnung und das dann in so in der Einsteiger-Budget-Klasse, so grundsolide, würde ich jetzt mal sagen. Ja, das ist halt aber eben auch genau das, wo Xiaomi immer noch irgendwie stark performt, so diesen, ich sag jetzt mal, Mittelklasse-Produkten. Da bringen, da rufen sie halt einfach richtig gute Preise auf, ne, für das, was man kriegt, zumindestens hardware-technisch. Dann wandern wir zum Redmi Note 12 Pro und wir bekommen da dann quasi mehr Ladeleistung einmal, richtig? Eine Kamera mehr? Ja. Das ist noch, das müssen wir noch erwähnen, wir müssen noch erwähnen, dass Redmi Note 12 5G hat natürlich eine 2 Megapixel-Sensor, das ist wichtig, und halt ein 48 Megapixel-Hauptsensor. That's it. Finde ich aber okay, dass sie sich zumindest den zweiten 2 Megapixel-Sensor gespart haben an der Stelle. Ja, wir bekommen 67 Watt Laden, ne, beim Redmi Note 12 Pro und wir bekommen den, ähm, oh, Mediatek Dimensity, was war das? 1080. Ja, ich fand, den kann man sich gut merken wegen dem 1080p. Ja, auch noch nicht so häufig benutzt, glaube ich. Nee. Aber man muss ja mittlerweile sagen, Mediatek ist ja gar nicht mehr so weit hinter. Ja, so ein bisschen, so erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Intel und AMD, was da gerade so passiert. ähm, ich weiß nur nicht, wie das mit der Energieeffizienz ist, ob das, äh, die sind ja auch auf den TSMC, äh, auf 6 Nanometer. Ich glaube ja. Ja, ja, ich hab das ja, ich hab ja auch zwei Artikel von den vier geschrieben. Deswegen sind ja, eigentlich müssen die relativ energieeffizient mittlerweile sein. es gab damals noch so Unterschiede beim Imageprocessing quasi, dass, ich glaub, das 11T war das, wo das uns aufgefallen ist, dass man quasi mit dem, mit dem, der Snapdragon-Version bessere Fotos bekommen hat, als mit der Mediatek-Version, obwohl die Kameras ähnlich oder gleich waren. Mhm. Und das ist halt jetzt die Frage, ob sie da aufgeholt haben. Ja. Oder ob Xiaomi da auch irgendwie wieder was Eigenes verbaut hat. Es gibt ja auch eigene Imageprocessor mittlerweile von denen. Aber ich glaub nicht, dass sie die in den kleineren, günstigeren Geräten überhaupt benutzen. Also ich weiß auf jeden Fall, dass die Hauptkamera 50 Megapixel hat. Sony IMX 766 ist die gleiche Kamera, die auch im Xiaomi, also jetzt mal, ich weiß nicht, wie das mit den Linsen dann ist so, aber grundsätzlich erstmal der gleiche Sensor wie im Xiaomi 12. Mhm. Machen sie jetzt auch irgendwie immer öfters so, dass tatsächlich auch die High-End-Sensoren, würde ich sie mal nennen, auch in den günstigeren dann. Aber wahrscheinlich dann halt einfach mit so Plastiklinsen anstatt irgendwie Glas. Keine Ahnung. 8 Megapixel Ultraweit, 2 Megapixel. Ja. Ja, keine Ahnung. Tele-Makro. Oder Makro? Makro? Oder was die Tiefkamera? Oder was, eine Tiefkamera? Boah, es sind zu viele Smartphones. Es ist so verwirrend. Ja, nee. Also, aber Müll. Also, wofür? Naja, darauf können wir uns einigen. Müll. Also ich finde auch 8 Megapixel Ultraweitwinkel, finde ich auch schon frech. Ja. Also das geht. Kann man besser machen als 2 Megapixel. Komm mal. Für so ein Kuppenfoto oder so mal. Komm mal, mach doch 32 Megapixel. Mach doch mal den Gönnjamin. Was soll das denn? Ja, ich weiß. Ich will keine einstelligen Megapixel-Sensoren mehr irgendwo sehen. Einfach, uh. Ja, das wär's mal. Oder? Ja. Es reicht ja auch, dass so wie so, also einfach nur fürs Gefühl. Also Megapixel ist natürlich jetzt auch ein bisschen Trash-Talk, weil Megapixel sagen ja nichts über das Foto an sich aus. Da spielen ja so viele andere Sachen mit rein. Aber warum nicht mal wie Apple zumindest? Weißt du, zumindest so auf 12 Megapixel, dass man sich da so einpendelt. Vermutlich kaufen die all die 12 Megapixel-Sensoren auf dem Markt und Xiaomi kriegt keine Ahnung. Das kann gut sein. Also, das könnte tatsächlich ein Faktor sein. Teile sind ja immer noch teilweise sehr begrenzt. Und, äh, haben wir noch 12 Megapixel-Sensoren? Nee, kein mehr. Ach da, Mann. Dann nehmen wir doch die 2 Megapixel-Sensoren. Ja, vielleicht gibt's ja auch wirklich so ein Bundle irgendwie mit den 50 Megapixel-Sensoren. Wir sind ein Dutzend billiger. Ja, genau. Also, nochmal wie gesagt, also wir haben 50 Megapixel-Sensoren statt 48 Megapixel. Wir haben eine Ultra-Weitwinkelkamera mit 8 Megapixel mehr. Und wir haben eben 67 Watt-Laden statt 33 Watt-Laden. Genau. Das sind die Unterschiede, grob gesagt, zur normalen Version. Dann gibt's natürlich noch eine Pro-Plus-Version. Richtig. Super wichtig. Gleicher Prozessor. Mhm. Gleiches Laden. Und? Nee. Nee. Nee, 120 Watt-Laden. Ja, wir sind ja bei der anderen Version schon wieder höher. Richtig. Ja, 120, ja, stimmt. 120 Watt-Laden. Ja. Und gleiches Display aber. Genau, gleiches Display und andere Kamera. Andere Kamera. Genau, die 200 Megapixel-Kamera von Samsung ISOCell. Ja. Verrückt. Also 200 Megapixel in so einem Gerät, also das ist ja eigentlich schon fast Quatsch. Ich weiß es gerade nicht mehr. Es ist der gleiche Sensor wie bei dem Motorola. Das ist jetzt irgendwie so ein neuer, der in China exklusiv erschienen ist, aber ob das wirklich ein neuer ist oder halt irgendwie ein Rebatch, das war noch nicht so ganz klar. Okay. Es ist schon irgendwie. Aber auch hier, die Sekundärsensoren, war das, also hast du das im Kopf? Ich weiß es nicht. Es gab auch einen 2 Megapixel-Sensor, das weiß ich. Das war das Lustige, das ist wirklich einen, ja quasi 100-fach kleineren. Das ist schon ein Unterschied, den ich jetzt nicht gesehen hätte. Also warum? Ja, aber auch bei 200 Megapixel frage ich mich auch. Warum? So, das ist halt, also, oder? Gibt es da dann den 200 Megapixel-Sensor, den 200 Megapixel-Modus, wo wenn du ein Foto machst, die Hälfte deines Speichers voll ist? Ist das so? Vielleicht, aber vermutlich. Du hast so die, keine Ahnung, ich glaube, es gibt ja nur 128 Gigabyte als Version. Und du machst dann so ein Foto und dann ist das halt irgendwie 16 Gigabyte groß. Und dann machst du das viermal, da ist dein Handy voll. Ja, vermutlich ist standardmäßig einfach wieder Pixel-Binning da und das ist ein 50 Megapixel-Foto dann letztendlich. Aber ich frage mich auch bei dem 200 Megapixel-Sensor, wenn ich dann ein Foto mache, also der Mediatek, der meint sich, der wird ja jetzt nicht ein Flagship-Prozessor sein. Wie lange braucht der, um das zu verarbeiten? Wie heiß wird das Handy dabei? Stell dir mal vor, kannst du so in der Zwischenzeit so ein Spiegelei auf deiner Handy-Rückseite machen? Das wäre nicht schlecht. Darüber haben wir noch gar nicht geredet. Es gab auch sehr interessante Farbversionen. Bei dem Redmi Note 12 Pro gab es eine Fairy Edition, die dann pink war und geglitzert. Pink-Rosé mit Glitzer, ja. Ja, auch sehr speziell. Finde ich okay. Also eine so eine fancy Version finde ich okay. Dann gibt es dann noch Blau-Weiß und Schwarz für alle, die es halt ein bisschen gegeneinander wollen. Von der Pro-Plus-Version gibt es dann noch eine Jibo-Racing-Edition. Das ist irgendwie so, mit dem haben sie schon mehrmals, das ist irgendwie ein Schauspieler, Motorradfahrer und Sänger in einem. Ey, maybe ist der voll der Star in China. Ja, vermutlich ist der mega der Star in China, aber das ist immer so eine komische, also es ist so grün und dann sind da quasi wie so ein, Das ist ein bisschen random so, oder? Irgendwie so ein Pattern mit verschiedenen Icons hinten drauf. Ja. Das sieht eigentlich ganz schick aus, aber ich glaube, ist dann auch nur für Jibo-Fans irgendwie interessant. Ja, ist ja sowieso die Frage, also es wird ja nicht nach Deutschland kommen. Ja, die Jibo-Racing-Edition bestimmt nicht. Ja. Haben wir alles besprochen zum 12 Pro-Plus? Ja, ne? Ich hoffe, ja. Also nochmal gesagt, 120, also wir haben ein schnelleres Laden, wir haben eine bessere Kamera und ja, keine Ahnung, das waren die zwei Punkte. Aber Tim, das reicht natürlich auch immer noch nicht, weil das Pro-Plus hat dann natürlich noch eine weitere Version, die Explorer Edition, die dann komplett gleich ist, bis auf die Ladegeschwindigkeit mit 210 Watt Laden. Fällt mir gerade ein, ja, also das ist erstmal komplett bescheuert, also mit diesem 200 Watt Laden, 9 Minuten auf 100 Prozent. Ja. Da kannst du dann genau so ein Spiegelei auf deinem Handy machen wahrscheinlich. Da sagen sie ja, dass sie da sehr viel dran gearbeitet haben, dass da nicht so eine große Hitzeentwicklung ist und dass es dem Akku auch nicht schadet. Das glaube ich denen auch soweit, aber es ist dann immer so ein bisschen suspekt, dass wenn dann das Flagship-Smartphone kommt, dass das dann weniger Ladeleistung hat. Sass. Ja. Ja, wirklich. Ich meine, irgendwas muss ja dann sein, wieso sie das nicht in ihre Flagship-Smartphones packen. Und dann können sie mir, glaube ich, auch noch dreimal sagen, dass es nicht irgendwie Hitzeprobleme sind oder der Akku schnell sich nicht entlädt. Irgendwas muss ja da sein. Ja. Ladegerät liegt im Lieferumfang bei? Mhm. Mhm. Aber ich meine, dann lohnt sich das ja wahrscheinlich schon einfach für ein 200 Watt Ladegerät das zu kaufen. Ja, das ist ja kein 200 Watt Ladegerät. Ja, 210, ne? Nee, es sind 300 Watt Ladegerät. Oh, oh. Wo kommen denn die 210 Watt jetzt hier in meinem Kopf? Das ist die Ladegeschwindigkeit, aber das Ladegerät kann 300 Watt. Ah. Oh. Das ist schon ordentlich Power und es unterstützt auch Power-Delivery. Das heißt, du kannst auch dein kompatibles Notebook oder so aufladen damit ohne Probleme. Ja, wahrscheinlich im Preis kannst du ein 300 Watt Ladegerät. Was kostet sowas, wenn du es so kaufst? Bist du wahrscheinlich auch schon 150? Boah, weiß ich gar nicht. Boah. Was günstig sind die Dinger nicht. Also, ich schätze mal, boah, von Anker, das kostet bestimmt an die 100 Euro, oder? Ja. Also, dann kannst du wahrscheinlich. Ja. Wenn du das Ladegerät verkaufst, du das Handy weiter. Weißt du, wie bei, wie bei, wie da hält der Steine, du verkaufst das Set und verkaufst die Figuren oder so. Ja. Ja, es ist ja auch gar nicht mal so ein großer Aufpreis. Ich glaube, es waren 30 bis 60 Euro, dass du quasi die höhere Ladegeschwindigkeit kriegst. Finde ich vielleicht fair. Ist halt die Frage, ob man das wirklich braucht, weil 120 Watt sind auch sehr schnell. Es kommt halt auch immer auf die Akkugröße an, finde ich. Man muss Ladegeschwindigkeit auch immer in Relation zur Akkukapazität setzen. Da sagst du was Gutes, normalerweise haben die 5000 mAh die Redmi Note 12 Pro, aber das Explorer hat nur einen 4300 mAh Akku. Ach was. Der dann quasi aufgeteilt ist in zwei Akkus. Ach was. Da ist der Akku dann kleiner. Ja, das haben die bestimmt nur, ich wette mit dir, es ist so ein Ding, dass sie es nur gemacht haben, ja, wir kriegen den 5000 mAh Akku leider nur in 13 Minuten voll. Nee, nee, nee. Dann müssen wir den Akku verklaren. Damit du die schnelle Ladegeschwindigkeit hast, musst du die Akkus ja quasi aufteilen in zwei und dann bekommen die den größeren Akku nicht mehr in das Gehäuse rein. Das ist das Problem. Faule Ausrede. Ja. Die wären nicht unter die neun Minuten gekommen. Unter die zehn Minuten. Das könnte sein. Aber Tim ist da was auf der Spur. Ich kann das riechen. Okay, jetzt hast du hier noch sehr komisches ASMR reingepackt. Ja, Redmi Note 12 Reihe in China wird vermutlich nicht genauso hier hinkommen. Wird wahrscheinlich nicht in meinem Ansatz genauso hier hinkommen. Ja, habe ich auch so das Gefühl. Ich glaube, dass 200 Wattladen kriegen sie frühestens in C, nee, in zwei Jahren vom TÜV zertifiziert. Das hat er beim 120 Wattladen, wo das neu war, gab es ja auch, da gab es ja in China das, boah, was war denn da nochmal das erste mit dem 120 Wattladen? 11 Ultra, ne? War es das? 10 Ultra? Ja, es war auch ein Redmi-Gerät auf jeden Fall. War es ein Redmi-Gerät, das es zuerst hatte? War es nicht das 10 Ultra, was dieses Extreme? Das 10T. Nee, das 10T war das erste, nee, das 11T. Nee, das hat, oh mein Gott, maximal. Das 10 Ultra hatte 120 Wattladen, ne? Oder war es das 11 Ultra? Das war das 11T Pro, nicht Ultra. Achso, in Deutschland offiziell meinst du jetzt. Ja, ja, das war das 11T, ja. Und in China war es auch ein T, war das so? Ja, das kann sein. In China gibt es ein T. Nee. Ja, okay. Ey, guck mal, wenn wir schon verwirrt sind, dann sind alle Leute da draußen, die uns zuhören, safe auch verwirrt gerade. Da müssen wir uns, glaube ich, keine Gedanken machen, dass wir jetzt hier gerade als Dummköpfe dastehen, weil da kann ja auch keiner langfristig durchblicken. Jedenfalls, es gab auf jeden Fall das erste Produkt, dann gab es ein Black Shark mit dem 120 Wattladen und das Redmi in China mit 120 Wattladen, was kurz vor dem T in Europa rausgekommen, also das Redmi Note 11 Pro Plus, war es dann, glaube ich, letztes Jahr, das kam dann auch mit 120 Wattladen und dann haben wir uns gedacht, oh, krass, in der Mittelklasse. Und dann ist es aber in Deutschland ja nur mit 67 Wattladen gekommen, weil dann in Deutschland das 11T Pro das erste Handy in Europa mit, also beziehungsweise global mit dem 120 Wattladen war. Und da wollten sie das dann wahrscheinlich nicht schon in der Mittelklasse verballern. Können wir vorstellen, dass sie es vielleicht dieses Jahr dann mit 120 Watt nach Deutschland bringen, wie bei der Pro Plus Variante. Aber ich glaube, wie gesagt, aufgrund von irgendwelchen Zertifizierungssachen der TÜV, die fangen bestimmt schon an zu schwitzen, wenn Xiaomi sagt, so, jetzt haben wir hier ein 300 Watt Ladegerät, bitte zertifiziert uns das. Und dann gehen wir beim TÜV schon so, ach du meine Güte. Ja. Ja, wir werden sehen, wann es kommt, glaubst du, noch dieses Jahr oder sparen sie sich das fürs nächste Jahr auf? Das Note 12? Ja. Also, erfahrungsgemäß Januar nächsten Jahres, würde ich sagen. Und dann halt irgendwie wahrscheinlich tendenziell mit Qualcomm-Prozessoren. Das wäre, würde sich, würde das, was im letzten Jahr war, so wiederkehrend machen, könnte ich mir gut vorstellen, dass das so ist, dass sie da mit Qualcomm-Prozessoren arbeiten, dann in irgendeiner Art und Weise und dass halt alles anders ist. Sie haben ja auch noch genug dieses Jahr zu tun in China, da kommt ja noch ein Xiaomi 13 vermutlich schon diesen Monat raus, im November. Damn, das haben wir gar nicht auf der Liste stehen, ne? Nee, es gibt da auch schon ein paar Leaks irgendwie und was weiß ich. Also, das finde ich, das finde ich absolut wild, dass sie da jetzt irgendwie von ihrem Flagship den Rhythmus ändern. Ja, sie ziehen es halt einen Monat vor, weil ich glaube, Qualcomm ihren Rhythmus auch einen Monat vorzieht und sie wollen halt das erste Smartphone sein mit diesem Prozessor, obwohl vermutlich Motorola denen wieder zuvorkommt wie letztes Jahr. Aber ja, da war was. Ja, also ich glaube, die Leaks müssen sich noch ein bisschen festigen, weil da gibt es auch wieder Widersprüche, was da jetzt reinkommt. Dann war kurz hier dieses Konzept-Smartphone, wurde auch mal als Xiaomi 13 bezeichnet, aber das ist ja offensichtlich Quatsch, wenn sie das quasi nur so als Konzept vom 12s Ultra gemacht haben. Ich bin mal gespannt, für welches Design sie sich dieses Jahr entscheiden beim Xiaomi 13. Ich fand jetzt irgendwie so diesen Schritt, ich fand das 11, glaube ich, ganz schön. Das 12 habe ich nicht verstanden, designtechnisch. Ja, ich habe das Gefühl, das 12 wurde schnell vergessen. Ich fand auch, das 11 war mehr ein Ding, oder? Ja, irgendwie. So in Europa noch war mehr ein Ding. Aber das ist ja sowieso irgendwie alles gerade so ein bisschen, weiß ich nicht. Schwierig, ja. Ja, schwierig läuft es auch bei Huawei mit ihren Smartphones, aber nicht in China, da sind die immer noch fleißig am Releasen. Und da haben sie jetzt eine günstige Version von ihrem Foldable veröffentlicht, das Huawei Pocket S. Da haben Tom und ich schon mal vor ein paar Wochen geredet. Mit Foldable meinst du in dem Fall sowas wie ein Flip. Genau. Wenn das die Leute verstehen, was du meinst. Wie so ein altes Klapphandy. Ja, genau. Und da war noch die Rede davon, dass das ziemlich abgespeckt ist, dass man kein Display quasi oben drauf hat. Auf der Außenseite, meinst du? Ja. Was dann ziemlicher Quatsch gewesen wäre, weil wenn du gar keinen Vorteil hast, wenn das zusammengeklappt ist. Ja, aber ist tatsächlich nicht so gewesen. Es gibt dieses runde Display, was man auch vom normalen Pocket kennt, auch im Pocket S. Und ansonsten haben wir hier einfach einen niedrigen, gespeckten Umfang, was aber eigentlich alles nicht so wirklich interessant ist, sondern sie wollen es halt zu einem günstigeren Preis machen. Und in China sind sie da jetzt für 830 Euro. 830 umgerechnet von, das ist aber schon ein harter Preis, oder? Habe ich auch erst gedacht, da habe ich geguckt, was gerade so ein C-Flip 4 kostet, nachdem es mal günstiger geworden ist. Das kriegst du gerade für 700 Euro. Also warte mal, dann ist das ja günstiger. Ja, das C-Flip ist umgerechnet günstiger, ja. Ist Samsung eigentlich auf dem chinesischen Markt? Immer nur mit so Spezialeditionen. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Ich glaube, die V-Reihe. Okay. Ansonsten sind die da, glaube ich, gar nicht mehr so vertreten. Okay, krass. Ja, ich habe die Zusammensetzung vom chinesischen Smartphone-Markt gar nicht auf dem Radar. Da gibt es auch viel Apple. Apple, das hat da krass zugelegt. Vivo ist groß, Honor. Ja. Aber ja, Xiaomi ist auch gar nicht mal so groß, wie man sich das irgendwie denken würde. Nee, ich habe das auch schon ein paar Mal so gehört, dass es gar nicht so ist, wie man denkt. Ja, Huawei ist halt abgestürzt, weil die nur noch 4G-Prozessoren bekommen. Und in Chinas 5G ja auch deutlich größer. Ach, krass. Ja, das ist eine interessante Zusammenstellung da auf jeden Fall. Ja, aber das war nicht das einzige Produkt. Also ich glaube, dieses Foldable wird auch nicht zu uns kommen. Deswegen wollte ich es einfach nur mal besprechen, weil ... Ja, einfach nur, es ist da. Ja, es ist da. Ist das normale Pocket denn in Deutschland? Ich hatte gedacht, dass es so ist, aber ich habe es nicht mehr auf der Homepage von denen gesehen. Ich weiß nicht, ob es nur kurz da war und es nicht gelohnt hat. Dass sie sich gesagt haben, wir schiffen hier mal so eine kleine Charger nach Europa für unsere, beziehungsweise für die Huawei-Fanbase, damit die versorgt sind, aber auch nicht zu viele, damit die Geräte nicht auf Halde liegen. Das kannst du dir ja ... Ich meine, Huawei kann ja hier mit Handys sowieso nur noch so eine ganz spitze Zielgruppe irgendwie abholen, die sich, ja, ich sage jetzt mal, als Advanced-User fit genug fühlen, um halt eben irgendwie mit einem Handy, das standardmäßig keine Google-Dienste hat, irgendwie klarzukommen. Und ich meine, gerade so Sachen wie kontaktloses Bezahlen geht ja dann so, also das ist ja überhaupt nicht machbar. Das finde ich, sind schon Einschränkungen. Da musst du schon wirklich ein Herz für Huawei haben, um das halt eben dann einzugehen. Voll. Aber die Smartwatch, die sie vorgestellt haben, und da sind sie auch immer noch in Europa recht groß, die ist mal was Neues. Also, ihr müsst euch vorstellen, ihr nehmt eine Smartwatch und ihr habt innen drin dieses Uhrwerk oder halt das Display und das könnt ihr rausnehmen und einfach in ein anderes Gehäuse setzen, was schon verrückt ist. Ja. Ich fand es auch mega. Also, ihr habt quasi nur das Display und da drunter quasi so einen kleinen Metallkasten. Das ist dann wie so ein überdimensionaler Knopf. Und dann, dass man also nicht nur die Armbänder wechseln kann, sondern wirklich das komplette Gehäuse mit dem Rahmen um der Uhr herum. Das finde ich mega spannend. Weil du es halt einfach ... Also, ich finde, bei so einer Smartwatch ist es immer so, dass auch so ein Anlass-Ding, ne? So, hast du entweder, du musst dich immer entscheiden, entweder was Sportlicheres oder was Schickeres. Was Sportlicheres oder was Schickeres. Und gerade bei einer ... Wenn du dir irgendwie so eine ... Ja, wenn du dir eine Analoguhr kaufst oder so, dann ... Ja, dann gibt es da halt irgendwie mehr Unterschiede noch. So, wenn du dir jetzt so eine für einen Sport kaufst, wobei dann ... Also, weißt du, da kaufst du dir halt dann so eine billige Casio, keine Ahnung, wenn du halt da irgendwie eine normale Uhr tragen willst oder so. Und dann halt eben irgendwie so was Schickes, ne? Und bei einer Smartwatch sehe ich halt irgendwie weniger so einen Funktionsunterschied, der irgendwie abgesehen vom Äußeren halt irgendwie rechtfertigen würde, dass man sich davon jetzt eine Schicke kauft und eine für einen Sport, so das Wort hat. Null Sinn. Ja. So, und darum geht man damit halt ziemlich cool. Und man ist halt auch echt weniger festgelegt. Das heißt, das Ganze hat auch noch mal mehr Fashion-Touch. Ja, die Uhr hat auch einen sehr griffigen Namen. Das ist die Huawei Watch GT Cyber. Ich weiß nicht, so für den 0815-Smartwatch-Käucher ist der Name, glaube ich, auch nicht richtig gewählt. Es ist absolut nicht ausdrückend so. Warum hat man nicht irgendwas genommen, was halt irgendwie so ... Keine Ahnung. Da kann man bestimmt auch ein gutes Watch-Spiel irgendwie draus machen. Irgendwas mit Wechseln irgendwie ... Ja, also keine Ahnung, das müsste jetzt Englisch können, um halt sich da was Vernünftiges auszudenken kann ich halt nicht. Aber so ein ... Irgendwas, was so ... Was halt so dieses Wechseln irgendwie in den Vordergrund stellt, das hätte ich irgendwie ... Ja gut, aber ich meine, Cyber ist ja auch so ein Begriff. So, das ist dann halt irgendwie ... Cyber ... Ja, Cyber-Track, Cyber-Doc, bla, 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 weißt du so, also keine Ahnung. Pro, Ultra, Plus, Cyber ... Ja. Sehen wir dann bald auch die Apple Watch Cyber. Glaubst du, das wird zum Trend? Also ich glaube nicht. Also ich glaube, wenn ja, dann dauert das noch so mindestens fünf Jahre, weil nächstes Jahr sind wir wahrscheinlich erst mal beim iPhone Ultra. Und die Namensadaption ist wie bei allem bei Apple, glaube ich, dann so ein bisschen, hey, wir müssen auch noch ein bisschen Abstand zu wahren. Sonst glauben die Leute noch, wir hätten das nachgemacht und können es nicht als unser eigenes Verkaufen. Ja, da werden wir auf jeden Fall auch sehen, ob die nach Deutschland kommt, da kann ich es mir tatsächlich vorstellen. Ja, das würde mich auch freuen, weil das finde ich echt gut als Konzept. Preislich? Habe ich gar nicht nachgeguckt. Ich würde schätzen 600 Euro. Ja. Umgerechnet. Ja, ich weiß auch nicht. Ich fand jetzt auch so die letzte Huawei Watch, also die GT 2 war ja voll der Liebling auch von Alex. GT 3 Pro war dann sehr teuer auf einmal. Die wurde sehr, sehr teuer auf einmal, ja. Und dafür, dass du dann halt eben immer noch so diesen eingeschränkten Funktionsumfang hast, so auf eine Art, weil du ja halt eben nicht WhatsApp-Nachrichten lesen kannst. Du hast keine Möglichkeiten, irgendwie so Short-Nachrichten zu beantworten und dann halt irgendwie so dieses nicht bezahlen können damit irgendwie, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier gerade ihr vielleicht auch irgendwas unterstelle, was sie vielleicht doch kann. Ich glaube, die Short-Nachrichten und WhatsApp-Nachrichten beantworten, das kann sie mittlerweile. Aber was ja der Fokus und auch quasi da, wo sie richtig gut sind, ist die Fitnessfunktion quasi. Das Tracking, ne? Ja, die Tracking sollen richtig gut sein. Also ich glaube, Stiftung Warentest, da haben die auch irgendwie den Test gewonnen als präziseste Uhr. Kann man, kann man schon, ja. Ja, aber 600 Euro weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ja, da bist du halt dann auch bei denen. Da kannst du, ja genau, weißt du, da kannst du dir halt einfach eine, also du hast sowieso kein Huawei-Smartphone mehr, mal ganz davon ab, so, hast du halt nicht mehr. Ja. So, und beziehungsweise dann, wenn du noch eins hast, dann weißt du ganz genau, ja okay, ich kaufe mir wohl wahrscheinlich, dann hast du jetzt noch ein P30 Pro, P30, irgendwie du bist in der Gäste. P30 New Edition haben auch noch viele, lese ich immer wieder. Ja, okay, cool, aber dennoch bist du dann noch in zwei Jahren durch damit. Und du willst dir, wenn du jetzt eine neue Smartwatch kaufst, willst du die doch länger als zwei Jahre benutzen und dann kannst du dir auch direkt überlegen, hey, wenn ich 600 Euro für eine Uhr dann ausgebe, dann kann ich mir halt auch irgendwie direkt eine Samsung Galaxy Watch 4 kaufen oder halt eben, keine Ahnung. Ja, und dann sogar eine 5 Pro für 600 Euro. Ja. Also die kostet ja auch irgendwie 500 oder 400 mittlerweile vielleicht. Ja, aber Apple Watch ist da mittlerweile drin und wenn du jetzt vielleicht super der Sporttyp bist, auch Garmin eine Option. Ja. Also da gibt es viele Alternativen. Voll, also es ist halt überhaupt nicht mehr so, bei der GT2 war ja halt irgendwie noch so der Preisvorteil echt geil und dafür das Sporttracking halt wirklich richtig gut. Das haben sie halt leider so ein bisschen abgeschafft mit der 3er Serie. Ja, bei Huawei läuft es ja wahrscheinlich nicht alles gerade so gut, aber sie haben auch noch coole Ideen und ich hoffe, das machen sie weiter. Ja, sie werden nicht müde, aber sie wollen ja jetzt auch für Europa mehr so eine Brand sein, die, keine Ahnung, so high class. Vielleicht ist das auch deswegen einfach budgettechnisch. Naja. Ja, coole Ideen gibt es manchmal auch bei Apple. Die, die ich jetzt gelesen habe, finde ich absolut Quatsch. Findest du? Okay, wir haben anscheinend was zu diskutieren. Okay, alles klar. Es geht darum, dass es ein Gerücht von einem Analysten gibt, der ist auch relativ bekannt und sehr präzise. Ich kann seinen Namen gerade nicht aussprechen, weil ich ihn nicht vor mir habe. Also, der sagt, dass das nächste iPhone keine Tasten mehr hat, sondern quasi so mit den Tactical Motors quasi die nachahmt. Und das hört sich wie die dümmste Idee sehr lang, Mann. Okay. Kannst du mir deine Begründung dafür nennen? Also, als jemand, der jetzt vielleicht auch schon mal so einen Steam-Controller, der so haptisches Feedback hatte, eine Hand gehabt hat, weiß nicht, das ist schon nicht so geil. Also, vielleicht hat Apple da einfach das bessere System, dass es dir irgendwie Feedback gibt, aber so geil finde ich das nicht. Dann, was mache ich, wenn mein Smartphone quasi sich aufhängt und ich es ausmachen will und die Tasten dann nicht mehr reagieren? Ich hoffe mal, dass die irgendwie in einem Subsystem irgendwie laufen, dass sie dann weiterhin aktiv sind. Und dann, warum? Was ist der Vorteil? Also, erstmal glaube ich, hoffe ich, dass du recht hast, dass die weiter funktionieren. Das wäre schön. Das wäre sonst ziemlich dumm. Ich traue Apple zu, schlauer zu sein. Oh. Ja doch, komm, Software ist schon gut bei denen. Also, das traue ich denen schon zu, dass die, dass es wäre, also es wäre wirklich so wack, wenn du dann auf einmal da hieß, ey, den neuen iPhone 15 Ultra, ja, hat sich aufgehangen, ist kaputt, muss ich wegwerfen. Oder du musst einfach warten, bis der Akku leer ist. Ja, musst du ja dann vermutlich. Ja, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Das werden die irgendwie so machen, dass es, was mich da interessiert ist, fällt dann auch, äh, die, die Wippe weg fürs Muten. Ja, vermutlich. Nein, nee, das fände ich doof. Das fände ich doof. Vermutlich dann auch irgendwie haptisch das Feedback und kannst du so rüber swipen über dein Handy oder so. Nee, weiß ich nicht. Das fände ich doof. Aber ich finde, also, was ich, warum ich das, was ich dem Guten abgewinnen kann. Erstmal, ich als Apple-User habe ja durchaus Experience-Erfahrung mit, ähm, so Motion-Sensor-Shit von Apple, so, und das machen die gut. Ja. Also, das finde ich, das machen die schon gut und auch besser als andere Hersteller. Deswegen traue ich denen zu, dass das Feedback geil ist. Weil, ich finde es immer wieder faszinierend, auch einfach, bei so einem MacBook, ähm, dass das, wenn du da drauf drückst auf den, äh, auf die Touch-Fläche und das ist aus, dass das nicht runter, also, weißt du, dass das nicht drückbar ist. Weißt du, es ist halt einfach ziemlich gut gemacht und ich traue denen zu, dass sie das grundsätzlich so umsetzen können, dass du, dass Feedback sich so anfühlt, als würdest du da was reindrücken, dass sich das einfach so anfühlt. Vorteil ist dann natürlich, ähm, dass du, ähm, weniger Löcher im Gehäuse hast. Und das finde ich immer gut, dass es weniger, also, weniger Möglichkeiten, dass irgendwie Staub oder irgendwas ins Gehäuse reinkommen kann, also, weniger Öffnungen im Gehäuse sind schon, sind schon nicht verkehrt, auf eine Art. Aber, ähm, wie oft hat man Wasserschaden oder so durch die Tasten von, von irgendwas, also, ja, das weiß ich auch nicht, aber ist doch jetzt grundsätzlich nicht verkehrt. Also, keine Ahnung, ich meine, irgendwie müssen sie doch den gewaltigen Aufpreis fürs nächste Jahr rechtfertigen. Hä? Irgendwie müssen die doch rechtfertigen, dass das Gerät nächstes Jahr, oh, was haben wir, wir haben uns nicht, wir haben uns nicht aufgeschrieben, das müssen wir nochmal nachgucken. Wir haben doch, äh, gewettet, letzte Woche. Ah, ja. Oder haben wir letzte Woche, was ist das? Ja, muss letzte Woche gewesen sein. Was ist letzte Woche gewesen sein? Ähm, was die Kosten. Ja, wie gesagt, den gewaltigen Preis von, boah, was habe ich da nochmal gesagt? Ich glaube, 2,5 oder so. Keine Ahnung, der gewaltige Preis muss ja einfach irgendwo herkommen. Ja. Außerdem müssen sie, keine Ahnung, jetzt auch irgendwas anderes, wenn sie jetzt nächstes Jahr schon einen USB-C machen müssen unbedingt, so, ja, was sie uns dann... Vorübergehend. Vorübergehend nur? Ja, die wollen ja auch den USB-C-Port killen. Ja gut, aber das werden sie, glaube ich, also dafür muss, glaube ich, wirklich noch in Sachen, also Energie ist ja gerade sowieso ein krasses Thema und so ineffizient wie kontaktloses Laden ist. Da muss wirklich noch einiges passieren, bis die EU da sagt, also okay, die Ausnahme ist in dem Gesetz drin. Also du kannst... Mit was für Idioten arbeiten wir da eigentlich? Du kannst doch nicht im Ernst sagen, also kein Ladeport ist auch okay. Ich glaube, das stand ursprünglich auch mal da drin in dem Entwurf, aber ich glaube, das hat Lobbyarbeit noch gekillt. Boah, da arbeiten irgendwelche Leute, ne, die keine Ahnung haben. Das ist unfassbar. Ey, komm, sie haben wenigstens einen Schritt mit USB-C jetzt mal nach zehn Jahren. Ja gut, aber dann sagt Apple einfach, ja komm, wir mal in zwei Jahren machen einfach gar nichts mehr und dann... Ja, das ist der Plan. Und dann verbrennen wir Strom ohne Ende in Wärme, ja. Wenn das Ding zumindest so heiß werden würde, dass du damit heizen kannst. Aber das ist doch... Aber so ist es doch einfach nur... Also du wastest doch deine Stromrechnung, alles explodiert. Vielleicht überlegt sich Apple auch irgendwie, dann gibt es so Ladekontakte hinten auf dem iPhone. Boah, der gesteckt mir vor, da wären einfach so zwei goldene Kontakte hinten drauf. Nein! Das komplette Apple-Logo ist einfach so ein goldener Kontakt. Oh, das könnte ich mir wiederum vorstellen. Das ist mir so dumm. Ja. Das ist so dumm, dass es fast schon wieder gut ist. Okay, also ich habe nicht gedacht, dass man sich über die wegfallenden physischen Tasten, das war kein deutscher Satz, über die wegfallenden physischen Tasten freuen kann. Ja, also was heißt freuen, ne? Ja, ich finde das absolut schon Quatsch. Ja, es ist auch... Natürlich ist es auch ein bisschen... Das ist doch irgendwie... Man versucht ein Problem zu beheben, was es nicht gibt. Also... Ja, aber so kann man halt einfach mehr Geld verlangen. Ja, klar, natürlich. Du musst einfach, du denkst wie Apple. Ja, so verstehe ich das auch. Wenn du denkst wie Apple, dann hast du weniger Probleme. Ja. Dann regst du dich nämlich weniger bei sowas auf. Und dann sitze ich hier dann bald mit meinem iPhone, meinem MacBook und meiner... Sei Tim Cook. Sei Tim Cook. Nein, der weiß noch nicht mal, wie man eine Flagge bei einem Formel-1-Rennen am Ende schwingt. Dafür hat der richtig viel Hate bekommen im Nachhinein. Von der Formel-1-Fanbase, oder was? Ja, aber auch so allgemein irgendwie. Der wollte das bestimmt nicht. Die haben dem gesagt, come on, jetzt Tim, Alter. Nächstes bist du einmal hier... Na gut, dann mach ich dich halt. Ja, vielleicht hat er auch noch einen Sitzen gehabt vom Oktoberfest, oder was? Nein, glaube ich nicht. Weißt du, Kai Flaumer hat Tim Cook abgefüllt? Boah, das wäre krass. Kai Flaumer, absoluter Ehrenmann. Gab es da eigentlich irgendwie ein Video, oder gab es da nur dieses... Ich habe nur dieses Video von TikTok gesehen, wo dieser eine Typ, der angeblich nicht wusste, dass Tim Cook mit auf dem Foto ist. Das habe ich nur gesehen. Und dann habe ich noch irgendeinen, ich glaube, von Kai Flaume selbst irgendwas auf TikTok, aber nur gesehen, keine Ahnung. Ich glaube, da ein richtiges Video, so gab es nicht. Ich frage mich, wie das zustande gekommen ist. Ich frage mich wirklich, wie kann das sein, dass Kai Flaume der Guy ist, der Tim Cook übers Oktoberfest führt? Wie? Nächste Apple Keynote. Apple stellt irgendwie so ein neues Find-My-Ding vor und dann kommt Kai Flaume reingelaufen. Ich finde dich. Das war doch der, der auch so komische Vermisst-Sendungen gemacht hat. Oder war das wer anders? Eine Vermisst-Sendung? War das nicht dann so im Rahmen von nur die Liebe zählen? Da bin ich auch raus. Keine Ahnung. Ich kenne nur Ehrenflaume, bester Mann von YouTube. Ansonsten habe ich keine Ahnung, wer Kai Flaume ist. Ich habe den noch nie vorher gesehen. Nur auf YouTube. Ja, er hat sich in die moderne Zeit tatsächlich gerettet. Und zwar bravourös. Das hat er wirklich gut gemacht. Gut, ich würde sagen, wir wechseln dann auch direkt mal in die Empfehlung der Woche. Also, die Tim sich jetzt noch gerade überlegt, während ich meine Empfehlung der Woche hier vorstelle. Es ist ein Videospiel, Rimworld. Es ist ein DLC von Biotech. Das ist quasi so ein Strategiespiel, wo du so eine Kolonie aufbaust und dann alles Mögliche machst. Du kriegst so Überfälle, die auf dich ausgeführt werden, die dann verteidigen musst. Und Biotech bringt jetzt quasi dazu, dass man Kinder haben kann tatsächlich in dieser Kolonie. Das gab es vorher einfach nicht. Okay, wie spawnen die dann? Ja, du hast einen männlichen Kolonisten und einen weiblichen Kolonisten. Und wenn die sich ganz lieb haben, dann entsteht da ein Kind draus. Hast du bestimmt schon mal irgendwie gehört, die Story. Ja, nee. Aber wie kann man dann, wie kann ich mir das vorstellen genau? Also ist das dann so, muss man dann quasi so irgendwelche ... Nee, das machen die schon selber. Also von alleine? Die entwickeln Beziehungen zwischeneinander. Okay, also das läuft dann quasi, du musst da nichts dann zutun. Nee. Okay. Das hat mich jetzt einfach nur interessiert. Ja, also auf jeden Fall, das ist dazugekommen. Dann kannst du die quasi auch ausbilden und irgendwie mit Genen modifizieren. Und so was. Du hast ja was gekostet. Das ist so ein Sci-Fi-Spiel. Also du kannst auch irgendwie ... Also du kannst ja quasi ... Bionische Arme und so was dran machen. Kriegst du auch so Meldungen, falls dein Kind irgendwie, weiß ich nicht ... Also es ist ja auch so ein sehr heiß diskutiertes Thema, ob irgendwelche Sachen, die vorab erkennbar sind ... Nee, so was gibt es nicht. Okay, alles klar. Also du kannst nur dafür sorgen, dass es instant ein Cyborg ist. Es gibt irgendwie so genetische Krankheiten wie Asthma oder so was. Ich glaube, die kannst du dann quasi im Vorhinein auch irgendwie ausschließen. Kannst du, musst du aber nicht. Nee, also du kannst auch im Nachhinein einem Kolonisten quasi eine neue Lunge einsetzen, damit der kein neues ... Also das ist sehr Sci-Fi. Voll, Alter, das ist ja ein richtiger Bio-Scheiß. Und mit, ja, Biotech heißt das. Ja, ah, jetzt macht es Sinn. Ja, und es gibt dann auch jetzt noch verschiedene Rassen irgendwie. Es gibt irgendwie so ... Das klang falsch, sorry. Ja, halt irgendwie so, ja, was sind das, so Katzenmenschen und ... Neandertaler auch? Ja, Neandertaler gibt es tatsächlich auch. Neandertaler, es gibt so Maschinen quasi als Cluster einfach und die haben dann verschiedene Attribute irgendwie. Denn Neandertaler ist halt ziemlich dumm. Hey, in jedem von uns steckt, weiß ich nicht, wie viele Neandertaler. Ja, aber wir haben uns ein bisschen weiterentwickelt danach. Der hat dann halt relativ viel Leben und haut richtig fest zu. Genau. Große Empfehlung, RimWorld war auch schon davor ein großartiges Spiel. Auf dem PC gibt es auch irgendwie tausende von Mods. Ich glaube, meine Mod-Liste ist irgendwie hundert Stellen lang oder so. So Teletubbies und sowas dann. Ja, was? Ja, weiß ich nicht. Es gab mal so ein ... Von Craig 3 gab es mal so ein Mod, wo du dann mit Teletubbies rumrein konntest. Ne, schon irgendwie so Spielerweiterung. Ach so, so offizielle? Ne. Ach, sinnvoll. Sinnvolle Mods. Ich habe gedacht, Mods wären immer nur Quatsch. Ne, es gibt tatsächlich auch sinnvolle Mods. Okay, krass. Ja, RimWorld, wenn man irgendwie so Strategieaufbauspiele mag, definitiv eine Überlegung wert. So, Tim. Du hattest jetzt genug Zeit. Das Problem ist, jetzt hat mich deine Empfehlung der Woche so krass gecatcht, dass ich keine Zeit hatte, dir nicht zuzuhören. Ja, das ist richtig. Meine Empfehlung der Woche ist auf jeden Fall ... Puh. Also, ich freue mich tatsächlich auch auf einen PC beziehungsweise auf ein Spiel, was aber noch nicht draußen ist. Weiß ich nicht. Ich kann das jetzt bestimmt noch nicht empfehlen, weil das noch nicht draußen ist. Worauf freust du dich? Ich freue mich einfach auf NifoSpeed anbauen. Ja, doch voll. Ich bin ein mega krasser NifoSpeed-Fan. Früher immer schon gewesen. Und ich freue mich darauf, dass das bald erscheint. Und wenn es erscheint, könnt ihr euch das ja auch einfach kaufen. Und dann kann ich es sogar nochmal empfehlen. Ist das nicht krass? Boah, krass. Ja. Ich weiß noch nicht so genau, was ich von diesem ganzen Effektgedöns halten soll, was sie da jetzt so ein bisschen ... Es ist ja so ein bisschen Anime-Style, könnte man sagen. Kommt bei den ganzen Kids bestimmt richtig cool an. Aber man kann es ja zum Glück auch alles ausstellen. Aber an sich freue ich mich sehr darauf. Ich finde es sehr random, dass Acer Brock hier irgendwie ein Charakter in diesem Spiel ist, der irgendwie in der Geschichte drin ist. Ja, voll. Absolut random. Ich meine, passt von der Musik vielleicht her. Aber ja. Ja. Ich hoffe, dass es ein gutes NifoSpeed wird. Da gab es schon lange keins mehr. Ja, das hoffe ich auch. Was war dein Lieblingsteil? Mein Lieblingsteil von NifoSpeed? Boah, das ist schwierig. Also, ich bin ... Mein erstes war Hot Pursuit 2. Das fand ich tatsächlich ziemlich cool. Das war das erste, was ich gezockt habe. Das gab es nämlich dann irgendwann mal beim Aldi für einen Zehner oder so. Und dann habe ich meinem Vater bequatscht, weil ich war mit Einkaufen. Kennst du ja nögelige Kinder dann so, Papa, guck mal. Und dann lag es im Einkaufswagen und dann hat sich für mich die Nifo ... Ich wusste noch gar nicht, was NifoSpeed überhaupt ist. Ich habe nur gesehen, geil, Alter, da ist ein Auto drauf und noch ein Auto mit Blaulicht an. Hammer, muss ich haben. Aber das war dann schon so PS3-Zeit, oder? Oder war das das alte Hot Pursuit irgendwie? Das alte? Nee, nee, das alte. Ja, Fabian, ich bin alter. Ja, ich bin alt. Ja, so. Einfach alt. Und dann fand ich ... Underground 2 war natürlich Killer. So, das ist einfach Killer. Underground 1 hatte ich auch, aber 2 hat mich dann doch deutlich mehr gecatcht. Und Most Wanted fand ich noch ziemlich cool. Ja, das waren auch Underground und Most Wanted. Die habe ich, glaube ich, am meisten gespielt. Underground 1 fand ich irgendwie grafiktechnisch noch ein bisschen ... Ich fand es tatsächlich manchmal schwierig, da zu checken, wo man langfahren muss. Wenn man extrem schnell war, war das halt irgendwie alles auch so dunkel war und grafisch noch nicht so geil. Fand ich das irgendwie anstrengend nach einer Zeit. Weiß ich nicht. Ja. Fand ich bei 2, 2 fand ich irgendwie geiler. Das erste habe ich schon nicht mitgenommen. Das erste war tatsächlich Underground 2 auf dem Gamecube. Ich hatte Underground 1 auf dem Gamecube. Das war, ich habe damals das Starter Pack gekriegt. Gamecube Bundle in schwarz mit USB Underground. Als Nintendo noch Konsolen hatte, die irgendwie ... Was konnten. Ja, was konnten. Ja, aber Gamecube war ja auch ... Auch wenn er noch was konnte, da hat man ja noch versucht, irgendwie mit Playstation und Xbox zu konkurrieren. Ja. Dennoch war der Gamecube ja eigentlich voll die Flop-Konsole. Voll, ja. Und leider, ja. Aber ich finde auch die Richtung, wo da Nintendo jetzt hingegangen ist, so mit der Switch. Ich finde das auch gut, dass die sagen, ey, wir machen bei dem Konkurrenzkampf einfach nicht mit. Ja, müssen sie auch nicht. Ja, genau. Müssen sie auch einfach nicht. Und das ist ja eigentlich, das finde ich eigentlich viel stärker, als zu versuchen, etwas zu sein, was man eigentlich gar nicht ist. Ja. Ich glaube, dann haben wir hier einen guten Abschluss gefunden. Außer Anna hat ihr Mikrofon an und möchte auch noch eine Empfehlung der Woche dazu beitragen. Sieht nicht so auf. Sie kriegen einfach nicht mal eine Reaktion. Das ist was Neues. Nee, ich glaube, Anna hat tatsächlich gerade Kopfhörer auf und schneidet da gerade parallel noch ein Video. Und deswegen hat sie nicht gehört, was wir gesagt haben. Anna, ist alles gut. Kannst du weiter schaffen. Alles gut. Einfach weiterarbeiten. Ja, dann freue ich mich, dass du hier warst, Tim. Vielleicht nächste Woche auch wieder, je nachdem, wie Torben aus seinem Urlaub hier ankommt. Ja, doch, das schafft er schon. Ich bin mir relativ sicher, dass der Motivation gesammelt hat in seinem Urlaub, um am Podcast teilzunehmen. Aber wenn nicht, dann bin ich gerne auch da. Genau. Ihr könnt währenddessen hier auf YouTube den Kanal abonnieren. Und wenn ihr bei Spotify oder bei Apple Podcasts oder bei Google gerade hört, dann könnt ihr mal suchen, ob ihr da irgendwo so einen Bewertungsknopf findet und uns gerne bewerten. Mit fünf Sternen. Genau, das wäre dann natürlich optimal, wenn es keine fünf Sterne sind, dann könnt ihr uns gerne schreiben, was wir vielleicht besser machen können. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und gebt fünf Sterne. Tschüss. 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 Tschüss.